Ich glaube, der Gesellschaftsmodus ist einfach nur überhaupt gar keine Richtung zuzulassen, nämlich auf der Stelle zu treten. Nämlich ein bisschen Richtung Selbstliebe und zurück in den Selbsthass. Bisschen Richtung Freiheit und zurück. Bisschen in den Urlaub, bisschen raus aus dem Burnout und zurück. Es geht einfach nur um dieses ständige Stop and Go in einem ewigen, unerträglichen Stillstand. Und weißt du, wie man im Ozean vorankommt? Indem man in irgendeine Richtung mal weiter schwimmt. Man kommt im Paradies an, wenn man das mit dem, ich halte mich in Liebe, wirklich mal was durchzieht. Man kommt auch im Paradies an, wenn man mit scheiß Disziplin was durchzieht. Der Punkt ist nur, bleibt lang genug am Schwimmen, Jungs. Aber so diesen Schwimmenstück in die Richtung, ach nein, dann hat mich meine beste Freundin anguckt. Ach nein, dann hat irgendwie, mein Freund fand das dann irgendwie nicht so toll. Also dieses ganze, bleib doch einfach an der Ordnungsstelle liegen morgens. Wir bleiben ja eh, wo wir sind. Und ich glaube, jede Richtung ist richtig, aber die Richtung, eine Richtung zu haben, ist tabuisiert.